Aber im Windschatten. Danke Wolfgang. Der nützt den Windschatten aus von der Savine. Kommt ganz langsam näher. Es wird noch mal einige Sekunden gebraucht. Und jetzt kommen leider wieder die gefürchteten Kurver. Und Savine nimmt sie gut. Ganz eng. Aber ich bin in ihrem Schatten hinter ihr. Bis zur nächsten Kurve. Kopf auf Kopf rein. Wir werden es sich anlegen innen und außen. Und ja, er schafft es. So, der Halbzeitführer. Wolf Dominika, der 100 Meter hinter uns. Hier kommt der gefürchtete Tunnel. Der gefürchtete Tunnel muss man eng nehmen. Ja, und einfach gehen lassen. Einfach gehen lassen. Und wieder eng hinein in die Kurve. Schau mal, das gibt es ja nicht. Wie knapp ist die jedes Mal hinter mir. Ich glaube, der hat einen kleinen Propeller oder ich habe was eingebaut. Oh, schau. Außen antriffen kurz hinein. Und ja, sehr schön gemacht. Aber diese Strecke kommt jetzt Savine wieder gelegen. Und sie wird sicher gleich wieder kommen. Scheiße. Ja. Wo ist sie? Kamera, sagen wir, wo sie ist. Und jetzt machen wir gleich die gefürchteten drei Kurven. Wo ist sie? Ah. Ah. Kurven eng. Wir nehmen. Ah. Oh, Dominika kommt schon. Das sind ihre Kurven. Aber hier keine Chance mehr. Wow. Scheiße. Tiefschnee. Oh, Dominika abgeschlagen. Das wird heute nichts mehr mit Rang 1 für Dominika. Oh. Das wird ein Gin zwischen Rangloch und Kabinegumpe. Ein knappes Rennen. Oh, scheiße. Ah. Scheiße. Ah. Nein. Das gibt's nicht. Und ja. Hier wird sich sein Zeilen jetzt an dieser Kurve. Wie wird sie sie nehmen? Eng. Weit. Oh. Bremse. Bremse. Oh. Scheiße. Oh. Ich hab sie. Die Kurve ist mein. Oh. Oh. Scheiße. Oh. 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 Er hat verloren. Oh. Oh, ich hab mich geschenkt. Vollgas. Und jetzt noch einmal Jumper und ein Sprung. Und hier der Fastzieger. Hopp. Wahnsinn. Hey. Ja, 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 ja.